Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du hergefunden hast und heute mit einem kleinen Update aus der 2. Bundesliga bezüglich Transfers. Aber ich möchte mich im Vorhinein gleich nochmal bedanken für 600 Abonnenten. Wir haben es mittlerweile auf 600 Leute gebracht. Das ist wirklich toll. Ich möchte mich nochmal von meiner Seite hier bedanken. Ganz herzliches Dankeschön an alle von euch, die abonniert haben. Und wir reden heute über den Transfer von Michael Solbauer vom FC Barnsley zu den 3. Dynamo Dresden. Die Aufsteiger aus der 3. Liga haben sich den routinierten Innenverteidiger geholt. Reden wir doch mal kurz über diesen Deal. Dynamo Dresden verstärkt sich also mit erfahrenen Spielern für die 2. Bundesliga. Und dieser Spieler ist eben der 31-jährige Michael Solbauer, ein Innenverteidiger. Und er unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Und zwar mit seinen Führungsqualitäten und mit seiner Erfahrung der Verteidigung von Dynamo Dresden weiterhelfen. Kurz zu seiner Biografie. Michael Solbauer ist Österreicher. Er ist, wie schon vorhin erwähnt, mittlerweile 31 Jahre alt. Also nicht mehr der Jüngste. Er ist 1,87 groß, gelernter Innenverteidiger. Und seine vorigen Vereine waren, wie der vorher erwähnte englische Championship-Club FC Barnsley. Und davor spielte er sehr lange mit dem österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC, WRC, wo er auch wahrscheinlich seinen Höhepunkt der Karriere gehabt hat. Aber er ist nach wie vor noch ein extrem wichtiger Führungsspieler. Beim WRC wurde er bekannt und konnte seine Stempel als wichtige Stütze in der Innenverteidigung nochmal den Stempel aufdrücken. Nach jahrelanger Spieleinsätze beim WRC hat er sich dann, als sie das erste Mal international gespielt haben, da gab es dieses eine Spiel gegen Gladbach, wo sie ja 4-0 gewonnen haben auswärts. Da war er ein elementarer Teil der Innenverteidigung. Und da hat den WRC auch zu sehr großen Erfolgen geführt, auch als Kapitän. Und ist dann als weitere Folge zum FC Barnsley in die Championship gewechselt, wo er auch nur ganz knapp den Aufstieg letzte Saison verpasst hat in die Premier League. Und jetzt ist es Zeit für ihn wieder weiterzuziehen. Und er geht jetzt nach Dresden, wo er zu einem Traditionsklub kommt. Für den Traditionsverein aus Dresden ist es natürlich wieder wichtig, in der zweiten Bundesliga zu bleiben. Ich denke, das ist die oberste Priorität für den Klub aus dem Osten, aus Sachsen. Und mit Michael Solbau holen sie sich jetzt keine Zukunftsaktie, keinen Spieler, der jetzt irgendwie noch großartig an Marktwert dazugewinnen wird, aber ein Spieler, der kämpft, der Führungsqualitäten hat und der vor allem sehr zweikampfstark ist. Das zeichnet ihn aus. Er ist natürlich nicht mehr der schnellste, aber ich denke, für die zweite Bundesliga kann er ein sehr wichtiger Spieler werden. Michael Solbau sagte auch dazu folgendes zu seinem neuen Transfer. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Die Verantwortlichen haben sich um mich bemüht, mir ihr Konzept und ihre Vorstellungen aufgezeigt. Darin habe ich mich voll wiedergefunden und bin überzeugt, dass dieser Schritt der absolut richtige ist. Es sind auf jeden Fall sehr vielversprechende Worte und es zeigt auf jeden Fall eins, dass man mit Michael Solbau jemanden bekommt, der für den Klub auch alles geben wird. Das kennt man schon von ihm aus der österreichischen Bundesliga. Also falls sich Dresden und Franzis fragen, was sie bekommen, sie bekommen auf jeden Fall hundertprozentige Einsatzbereitschaft von einem erfahrenen Spieler und jemanden, der vielleicht aus den jungen Spielern noch etwas weiter vermitteln kann. Was ist eure Meinung zu diesem Deal? Kennt ihr Michael Solbau? Glaubt ihr, dass der der richtige Mann ist für den Namen Dresden? Und wie glaubt ihr generell, dass Dresden jetzt in der zweiten Bundesliga abschneiden wird? Suisse jetzt eh die Chancen für sie in der nächsten oder in der kommenden Saison. Schreibt es mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich diskutiere wie immer gerne mit. Und ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Den Kanal abonnieren für mehr Content. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald und ciao. Bis bald.